Von ihrer grenzenlosen Neugierde getrieben, wagen sich die vier Freunde Henry, Beatrice, Sandra und Ginger durch ein Tor in eine völlig unbekannte Galaxie. Dort treffen sie auf Thalia, eine freundlich gesinnte Außerirdische. Dank ihrer Hilfe gelingt es ihnen schließlich, den Wüstenplaneten Durocs zu verlassen. Durch einen cleveren Handel erwirbt Henry ein Raumschiff, das ihnen viele weitere spannende Abenteuer verspricht. Begleiten wir die Kameraden auf ihrer Reise in ein spannendes Abenteuer in einer entfernten und unbekannten Galaxie.